Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online mit mir hier dem Brainiac und neben mir dem Pillow. So sieht's aus. Ja, wir mussten eine Woche Pause machen, weil wir ja sehr beschäftigt sind. Ja, sehr beschäftigt mit auch anderen Projekten noch und da ist dann halt Elder Scrolls Online ein bisschen zu kurz kommen. Auf Kulkus gucken, was haben wir denn so? Leider Gottes. Aus dem Hafen? Ne, das Erbe vom Belkinfels hatten wir, ne? Genau, genau. Sollen wir hier die Quests annehmen? Warte mal, was ist denn hier in dem Marduk? Willkommen in der Magia Game. Achso, ne. Ja, das ist Magia Game. Dingsbums, das will ich aber noch nicht machen. Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen. Aha, Handwerkszertifikate gibt's jetzt. ...reicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Aha. Was sind denn Handwerkszertifikate? Wenn ihr beweist, werde ich zertifizieren, dass ihr kompetent genug seid, um Handwerkszertifikat zu erfüllen. Oh, dass der Ton bei mir weg ist. Ha, 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 danke. Ähm, ja, tägliche Anfragen nach Handwerkswahn. Man muss ein zertifizierter Handwerker sein, um sie erfüllen zu können. Belegt, dass ihr wisst, was ihr tut. Wo hast du jetzt draufgedrückt? Auf das Erste, was war in Ordnung. Sagt mir, dass ihr das zertifizieren könnt. Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer auszumachen und zu zertifizieren, falls ihr Interesse habt. Sollten wir sofort beginnen. Ähm, wer kann mich sonst noch... Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner, falls ihr euch für so etwas interessiert. Aber das ist unnötig von mir. Oh gut, ich werde mit ihr sprechen. Sie ist eine wahre Meisterin des Kunsthandwerks. Ich gehe zu der Schmiede, das gibt irgendwie mehr Sinn bei uns. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal das Erbe von Belkenfels. Richtig, wir müssen ja noch den Geist beschweren. Oder? Oh, guck mal, es regnet. Hat es schon mal geregnet? Ja sicher, es regnet voll oft. Ja, kann sagen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Äh, gute Frage, wo müssen wir denn hin? Achso. Äh, ha. Hier hoch. Da hin. Irgendwie gehen meine... Ach so, warte mal, ich muss mal gucken, Erweiterung. Ach, apropos, ja, richtig. Richtig. Altete Erweiterung, so. Neuladen. Altete Erweiterung. Neuladen. Oh, ein UI-Fehler, egal. Ja, ja. Jetzt habe ich meine Minimap wieder, jetzt sehen wir uns ziemlich besser aus. Alles UI-Fehler, krass. Müssen wir denn... Ja, es funktioniert doch alles. Naja, müssen wir mal gucken, ob das wir vielleicht ein paar... man ein Update machen mit einer Erweiterung. Ich habe doch schon die aktuellsten runtergeladen vor zwei Tagen. Ah, okay. Trotzdem eine UI-Fehler. Bei allen? Hm, ne, bei zwei glaube ich nur. Ja, bei mir waren glaube ich alle mit UI-Fehler. Müssen wir jetzt hier hoch? Ich weiß gar nicht. Ich muss mir gerade die Gesamt-Lautstärke ein bisschen... Uff, ja. Entschuldigung. Also ich stehe schon beim Geist hier rum. Echt jetzt? Ja, guck mal her. Da unten. Warum kann ich denn nicht hier drüber springen? Ist aber ein schlechter Scherz. Was ist mit dem Turm geschehen? Kann ich mal den ansprechen. Was habt ihr getan? Was für ein Ort? Die Bail-Kinds haben euch angeheuert, nicht wahr? Was habt ihr getan? Aber ihr versteht nicht. Ihr wisst nicht, was ich aufgegeben habe, um sie aufzuhalten. Ja und? Ich habe alles verloren. Ich habe mein... mein Kind verloren. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich habe mich in einem Fall... Mein Kind verloren. Ein Bail-Kind, der seine Mutter nicht enttäuschen wollte. Selbst wenn seine Geliebte dafür sterben musste. In diesem Turm hat sich meine Liebe in Hass verwandelt. Kurz vor dem Ende bettelte und betete ich, dass jemand meinem ungeborenen Kind helfen würde. Und jemand hat eure Gebiete beantwortet? Ihr müsst verstehen. Agathos. Die Daedra. Es war mir gleich, wer mich erhört. Ich wollte nur, dass mein Kind lebt. Und was geschah dann? Ah, handel mir dem Teufel. Und habe meine Rache bekommen. Ich habe mein Kind gerettet. Die Belkins haben es sich verdient, ihr Liebstes zu verlieren. Ihren Reichtum. Ihre Ländereien. Ich spürte, wie mein Kind mich verließ. Ich konnte den Rauch vom Turm aus riechen. Ich hörte die Schreie. Der Handel wurde abgeschossen. Okay. Die Belkins haben sich geändert. Die Belkins ändern sich nicht. Diese Familie trägt das Böse im Herzen. Sollen sie alle verrotten. Der Schutzzauber im Wasserfall wird die Belkins auf ewig fernhalten. Der Meister hat ihn mit seinem eigenen Blut erschaffen. Was geschieht, wenn ich den Schutzzauber entferne? Nein, das könnt ihr nicht. Der Meister wird das nicht zulassen. Mein Kind. Was ist aus ihm geworden? Der Meister würde es töten. Ich glaube nicht, dass ihr so etwas fertig brächtet. Ihr wisst, dass die Böse sind. Ihr wisst, dass mein Fluch Bestand haben muss. Naja, nur weil die jetzt ihre Liebe nicht gekriegt hat, ist das schon ein bisschen hart, die ganze Familie irgendwie so abzuschlachten irgendwie. Aber andererseits ist ja ... Also ich gehe mal davon aus, dass das Kind der Typ ist, von dem wir den Auftrag gekriegt haben. Oje. Jetzt wieder steuern wir. Machen wir hier nicht alles nach, ne? Also ... Ich wollte schon runterspringen, ey. Jaja, das ist auch so ein kleiner Nachmacher. So. Brech den Fluch, dann sagt ATLB-Kind, dass er gehen soll. Hm. Du könntest ja den Fluch brechen und ich sage, dass er abhauen soll. Wir haben ja beide Räsen. Mit der da. Sie, das ist eine Sie, sieht man doch. Ja, aber es ist mit der da, hab ich gesagt. Achso, ich hab schon mit dem da ... Es hat Brüste, es ist eine Sie. Hey! Grüße. Jo. Gruß zurück. Hutt 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 h Ich wollte ins Wasser springen, da war ein Fels im Weg. Oh, laufen, 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 laufen. Oh, fuck ey. Da ist ein Gegner, da, 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 da. Nee, ich will ja nicht an den Schurken. Bist du auch an diese Feuerstelle gegangen? Ich wollte den Tiefen mal nehmen. Flasche, nee, brauche ich nicht. Ist auch egal. Bam. Ah, gehen wir hier lang. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir jetzt, ähm, zum Flugbrechen oder da sagen wir, dass der abhauen soll. Irgendwie war es vorm Update ein bisschen cooler zu spielen. Ich weiß nicht. Ist alles sehr zeitverzügert momentan. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hab, keine Ahnung, ich hab das zwar schon mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr, was wann passiert. Ich glaub, bei einer Version stirbt der Typ und bei der anderen Version eben nicht. Ich frage jetzt, sollen wir den sterben lassen oder nicht? Wir haben den Bacon. Mhm. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also sie hat ja, ist ja auf ihn reingefallen und hat ihr Kind durch den verloren. Ja. Ich würde sagen, wir, 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 wir sagen, dass er abhauen soll. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, was passiert, wenn der Fluch, ja, wenn er abhaut, dann geht er ja einfach, aber wenn der Fluch gebrochen wird, dann passiert sich ja ein schönes Gemetzel oder so. Das heißt ja, wenn wir den Fluch brechen, dann, ähm, würde die ja, dann, das wäre ja gegen das, was sie will, ne? Jaja, klar, aber das wäre halt... Ja komm, dann lass den Fluch brechen, komm. Ja, komm, dann machen wir die brutale Oriente. Lotte Fluch brechen. Jute Beinkleider der Ausdauer. Wo ist meine Mimmi, ach da? Das ist meine Mimmi, ach da... Mimmi, wir sind da kurz weg. Ja, hier bei dem... Ach ja, wir müssen zum... Täterischer Schutzsteil untersuchen. er macht jetzt noch was das geschäft wurde vor langer zeit besiegt der abkündigen der welt geht es uns gut geht und ich werde meinen teil der abwachen einheit war dann mal leicht was habt ihr getan die vereinbarung wurde gebrochen mein kind was wird jetzt nur aus meinem kind mein kind mein kind spricht mit atb kind mein kind mein kind die soll sich nicht so anstellen könnt ihr euch an etwas erinnern und dieser junge mann fällt mir beinahe auf den kopf der flur ist gebrochen nichts auf gar nichts auf gar nichts aufgaben waren wir drin für dieser mann vom himmel wir dachten es wäre ein hinterhalt es klingt nach dem mann dem ich stolz stolz begegnen irgendwie sowas er sah verwirrt aus und dann sagte er them und habt ihr eine ahnung was das alles bedeuten könnte der vertrag wurde gebrochen er ist der sohn des geistes der mich töten wollte das ist einfach wunderbar genau das ist ja ich glaube er ist wunderbar aber wenn er weitermachen will wo seine geister mutter aufgehört hat also was machte ich hier wenn ich nach meinem vater käme würde ich diesem jungen mann ein ende machen das wäre das umsichtigste vorgehen aber ich mochte meinen vater noch nie es gab schon genug hass zwischen unseren familien es wird zeit dass sich die dinge ändern ja wird zeit für die bezahlung würde ich sagen ja richtig natürlich ein ring bla 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 so ein ring ich habe einmal oben ausdauerkosten ich werde mich zum alles leben der gewährt zwölf magiker ach so ich muss mein leben muss ich auch wieder neu anordnen wo geht denn das auf c auf c ach krass tatsache ach so ja den zweiten ring auch anlegen leben magiker super brauchen wir auch nicht auch magiker ja ne ich schon ja also für deine fähigkeiten zumindest punkte einsetzen so so und jetzt wollte ich noch den ring einziehen ich glaube ich werde ihn linken ringfinger tauschen so gut 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 ach guck mal an was immer ihr getan habt es fühlt sich nicht wo bist du draußen schon wieder am rum mit mir erzählen ne ne ich rede halt mit dem typen ach kann man doch mal wieder reden ja ich dachte es doch mit stefan ja mit stefan ach der sohn wo ist das ne mhm fühlt sich richtig an ja so schlecht ein pornofilm egal was du tust das fühlt sich richtig an fühlt sich richtig an ähm ich habe jetzt als nächste quest das handwerkszertifikat das würde ich mir echt gerne mal näher angucken ist wahrscheinlich auch für die zuschauer interessanter als hier ein paar quests einfach zu erledigen dann müssen wir da in die richtung wir in die stadt rein ich renne hier einfach hinterher ich hoffe man kann hier runterspringen ohne zu sterben du willst nur runterspringen ja hier in den bach da sind wir raus anlauf genommen und plump fällt auf die schnauze oh fuck so und das war das ende von brain fuck ich bin tot ich bin echt tot fuck hey ähm habe ich von diesen steinen oder wegschreien ich glaube ich will mir gerne den todesrückblick oh du bist auch tot ne ja aber ich kann ich habe ich habe hier einen gefüllten seelenstein also ich auch aber ich will den nicht auch verwenden ach die kannst du kaufen die sind so sie sind total günstig die dinger und selbst wenn du kannst du kannst dir auch leere dinger kaufen und du kannst dir ja alles klar deine fähigkeit zum beispiel seelenraube oder sowas ich bin aber jetzt auch so geist ja du musst ein bisschen laufen du kannst nicht direkt am leichnam wiederbelebt werden deswegen das ist auch wenn du zum beispiel in einem verließ stirbst oder so direkt beim endboss damit du halt vor dem endboss quasi spawnst und dich irgendwie hochheilen kannst und sowas ne mhm ok ja das war ja mal ein geiler sprung da ich dachte hallo das ist wasser ja ich bin aufm stein gelandet ja du das ist natürlich echt ach guck mal die steht hier direkt vor der kriegerwilde ist ja cool dann haben wir doch die richtige ausgewählte du angesprendet kommst als ob du keine schwere rüstung trägst oh ja ich hätte nie ernsthaft gedacht drei handwerke meister zu können dann muss ich nicht weiter über zertifikate erzählen doch ich kann euch als schmied schneider oder schreiner zertifizieren was wollt ihr wissen ich weiß genug und bin bereit für die zertifizierung ne oben drüber mach ich das jetzt oder wir können anfangen sobald ihr bereit seid guck mal man kriegt 122 gold wenn man die abschließt was was kann man als schmied herstellen ich hätte nie ernsthaft gedacht drei handwerke meistern zu können ich lernte immer weiter über das schmieden ja das hört sich doch gut an wir wollen das zertifikat weil schreiner und schneider interessiert mich jetzt echt nicht nee dann mach ich schmied ne ich möchte als schmied zertifiziert werden ich möchte dass ihr einen einfachen eisendolch herstellt fest abschließend erst werdet ihr etwas eisenerz abbauen und dann das erz zu eisenbarren veredeln ich habe diese barren hergestellt um den dolch zu schmieden ihr werdet mich zertifizieren wenn ich ein eisendolch herstelle ja ihr müsst beweisen dass ihr euch an einer schmiedestelle zurecht findet das sind die regeln fürs erste könnt ihr mir einen haufen eisenerz bringen könnt euch immer nur ein eisendolch her okay ich möchte als schmied zertifiziert werden eigentlich habe ich schon ein paar eisendolch her was kommt als nächstes geht zur schmiedestelle und stellt einen eisendolch her nichts aufwendiges ihr solltet nicht mehr als zwei eisendolch her benötigen oh und ihr werdet mich zertifizieren wenn ich einen eisendolch herstelle ihr könnt sie bei allen schmieden kaufen oder selbst eines sammeln wenn ihr umtriebig seid alle völker haben ein traditionelles material das sie in ihre waffen und rüstungen einarbeiten das kaiserliche stil habe ich nicht schon eisenerz irgendwo eisenherz hier habe ich doch eisenerz richtig also ihr könnt erlernen mit dem stilmaterial eines anderen volkes zu arbeiten eigentlich habe ich schon ein paar eisen über die kulturellen stile der völker lest sie sind recht selten und meist im besitz von sammlern haltet auf euren reisen ausschau nach ihnen ok ok dann trefft mich an der schmiedestelle sobald ihr bereit seid gehe ich schon mal zur schmiede was ist dein stilmaterial das ist das was du für deine rüstung und sowas brauchst ok wo bist du hin ich geh zur schmiede stell dir ein eisen durch her ok schmiede verkaufen ist die materialien wo ist denn die wo bist du denn schon wieder hinten ey alter schwede zum schmiede wie oft noch wo ist denn die schmiede da hinten stahl und stein dort hinten bist du hier hinten dran ok das heißt jetzt ich muss hier an das ding gehen eisenerz ich möchte ein eisendolch haben aber das ist noch rot bei mir und warum ja weil du es dir ein stück brauchst und lasst du Prozent ich hab um 12 sogar also ich hab eisenbahnen wenn du welche brauchst ja dann geben wir direkt eisenbahnen wo bist du denn im Sala hab ich die nicht auch hast du mir jetzt welche gegeben oder was hast du mir welche gegeben jetzt du musst du erst den Handel annehmen wie viel eisenbahnen brauchen wir denn überhaupt dafür ähm warte zwei ach dann brauchst du mir keinen zu geben die hab ich auch von alleine schon stellt einen eisendolch her habt ihr einen dolch hergestellt die hab ich auch alleine schon in ordnung als nächstes kommt aber ich kann hier ummaterialien hab ich jetzt hier nur warum kann ich denn jetzt hier nicht einen eisendolch auswählen wo muss ich denn das machen ähm bei waffen und dann kannst du nach hinten scrollen wo was nutzen wir das verwerten analysieren aufwerten verwerten herstellen ach da guck man was sollten wir machen ein eisendolch ein dolch hier material stil rot badon hab ich auch eigenschaft normal auseinandernehmen ursprünglich stammt der begriff aus alt bei eisenbahnen brauchen wir was passiert wenn ich jetzt zum beispiel 3 oder 4 nehme wird denn der besser oder was der deutsch ja aber es bringt glaube ich nichts für die quest herstellen nur das was es nicht ist und so weiter haben wir jetzt einen hergestellt uh cool ich muss jetzt aber verwerten ja genau da kann man ein bisschen was verwerten richtig äh verwerten ich verkaufe mal hier meine axt die mir 280 prozent höheren verkaufspreis gibt ja genau das habe ich ja auch ach nee dieser gegenstand gewährt beim verwerten 280 prozent mehr inspiration ja dann musst du den verwerten ihr findet euch in einer schmiede wirklich gut zurecht ihr seid ein schmied ja Sternmetall habe ich bekommen ich bin bereit als schmied zertifiziert zu werden selbstverständlich ich werde euch sofort zertifizieren damit ihr gleich schmiedeschriebe erfüllen könnt cool man kriegt tausend inspiration quest abschließen so gut und jetzt wo müssen wir jetzt denn noch wieder zu dieser melinden ich habe es hier ja dann machst du die sache hier noch zu ende und dann die folge zu ende dann ich habe es ja ausgefunden was soll ich denn sonst noch für euch tun auf die knie fallen ach so ok warte das noch verwerten eisendeutsch ja ich habe wieder einen eisenbachen raus bekommen aber sehr blöd verwendet zwei eisenbachen um eine herzustellen und kriegst nur einen raus bin bereit als schmied zertifiziert zu werden ah es ist bequem schön warm hier quest abschließen cool guck mal ich bin jesus ich kann auf dem wasser laufen na egal ich nicht ich bin jetzt schmiede das alles klar komm mal hier raus jetzt ist mir ein bisschen zu eng da drauf wow guck mal die rüstung von der guck mal wir nehmen die hier direkt die ist ja cool die rüstung hier die schwarze blaue ja 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 habe ich gesehen die ist ja cool ich will auch schwarz schwarz ist eine coole farbe was ist denn hier handwerksschriebe ausrüstung warte mal cool ja ich werde den handzettel haben zertifizierte handwerker wollen eure warenrüstung in waffen bögen und roben verfeindet euer handwerker und verdient euch eine belohnung die schmiedeschriebe beachten eure waren können den entscheidenden unterschied machen schaut euch die jeweiligen bestellungen genau an wenn ihr sie vom brett nehmt für die schmiede werden gesucht und meine bestellung das werden wir nächste folge machen erst auf jeden fall wir geben uns nächste folge dann eine so einen zettel und bearbeiten erst mal ein bisschen was und bis dahin bedanke ich mich fürs zuschauen auf jeden fall und bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge dann tschüss